Hallo Nation, Lars Ricken hat jetzt bestätigt. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind. Zurück zum Thema. Lars Ricken wurde am Montag zum neuen Sportgeschäftsführer von Borussia Dortmund ernannt und übernimmt die Nachfolge von Hans-Joachim Watzke, der den Verein im nächsten Jahr verlassen wird. Die Umstrukturierung des BVB-Vorstands nimmt Gestalt an und Lars Ricken wurde zum neuen Sportgeschäftsführer des Vereins ernannt. Ricken soll die Nachfolge von Hans-Joachim Watzke antreten, der im nächsten Jahr als Vorstandsvorsitzender des Vereins zurücktreten wird. Ricken verbrachte seine gesamte Karriere bei Borussia und kehrte nach seiner Pensionierung als Jugendkoordinator zum Verein zurück. Er wurde 2020 zum Leiter der Nachwuchsabteilung des BVB ernannt und war in den letzten Jahren maßgeblich an der Entwicklung mehrerer der Talentiertesten-Nachwuchsspieler des Vereins beteiligt. Der 47-Jährige, der einen Vertrag bis Juni 2027 unterschrieben hat, sagte, Ich bin überzeugt, dass wir mit der unglaublichen Stärke dieses Vereins und der Leidenschaft unserer vielen motivierten Mitarbeiter gemeinsam große Siege erringen und Borussia Dortmund nach vorne führen werden, eine erfolgreiche Zukunft. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.